hallo leute und willkommen hier bei me apple cat hier seht ihr das neue iphone 11 oder wie auch immer apple das gerät nennen wird hier haben wir die allerneuesten leaks und die scheinen schon ziemlich akkurat zu sein also wir sehen auf der front ja eigentlich nicht wirklich viel neues die ränder sollen mini minimal kleiner oder schmaler werden allerdings so wenig schmaler dass man das kaum erkennen kann die notch bleibt uns erhalten also auch inklusive face id die auflösung wird wohl gleich bleiben wir bekommen kein usb typ 10 zumindest nicht in 2009 10 vielleicht dann im nächsten jahr und eine interessante kleine änderung ist der mute switch an der seite der bisher immer von rechts nach links geschoben werden kann und der wird jetzt abgeändert und sieht aus wie bei den älteren iphones oder auch bei den ipads also den kann man jetzt von oben nach unten schieben und der kleine knopf der ist jetzt wieder rund aber eine ganz dicke neuerung ist die rückseite und wir haben leider muss ich sagen dass etwas hässliche design das ich nicht so toll finde aber apple hat wohl ein bisschen was verfeinert denn es wird aus einem guss werden das heißt die komplette rückseite wird eine einzigste glas rückseite werden auch mit diesem großen kamera modul das ist eingelassen in diese komplette glas rückseite und soll etwas weniger heraus stehen und etwas weniger auffallend sein wie wir das aus den früheren ersten leaks her kennen von daher naja es sieht schon ein klein wenig besser aus aber so richtig toll finde ich das immer noch nicht mit diesen drei kameras das wird einmal die normale kamera werden die zoom kamera und eine ultra weitwinkel kamera zumindest sagen dass jetzt mal die gerüchte so weit aus sagt mir doch mal was haltet ihr von dem design könnt ihr euch damit anfreunden findet ihr das sieht gut aus es gibt auch noch so ein kleines gerücht aber da weiß man nicht genau was dran ist dass apple die kameras quasi verschwinden lassen will also dass man die einzelnen linsen nicht sieht so dass das dann komplett schwarz sein soll keine ahnung ob das jetzt wirklich so viel besser aussehen wird oder nicht zuerst kam so das gerücht hoch das würde für die rückseitigen linsen auch gelten aber jetzt wird vermutet dass apple nur die vorderen linsen also oben in dem face id bereich und die frontkamera somit komplett hinter schwarz verstecken will damit das ein bisschen netter wohl aussieht also wir bleiben gespannt und haben schon eine ganze menge informationen jetzt hier bekommen freunde das ist vermutlich das iphone 11 oder wie dem auch sei wie es denn auch heißen wird genug geredet das wäre es gewesen bis zum nächsten mal macht es gut so ihr ja und ist ja Untertitelung des ZDF, 2020